wenigstens habe ich ein Tarnetz ich auch das wird es bringen das bringt immer nur wenn du länger stehst das ist dir schon klar ja ja ich weiß wie ein Tarnetz funktioniert gut das weiß ich noch guck mal wie schön schnell ich bin und guck mal wie langsam du bist ich weiß wie langsam ich bin Bats guck mal wie schön ich dich abbremsen kann kannst du gar nicht ich beschleunige halt einfach wieder so schnell dass du mich überhaupt nicht boxt äh ich fahre nicht auf die Seite darüber ja ich schon okay ist man da drüben sicherer weiß ich nicht ja den Chancen bessere Verstecke ne eigentlich das komplette Gegenteil bei allem aber als Jagdpanzer geht das klar weil du hast halt viel freie Schussbahn äh ich fühle mich aber auch tot so ich bin freie Schussbahn hier ich fahre halt direkt am Fluss entlang ich auch da ist keine Deckung ich weiß guck mal wir treffen uns gleich in der Mitte aber weiter habe ich jetzt gerade eigentlich nicht vorzufahren ich auch nicht wir haben sie böse erwischt wen auf wen schießt denn du? da hinten den den Hetzerpanzer den T28 ja da oben ist ein leichter Panzer fahr in mein Schussfeld fahr in mein Schussfeld oder ich fahr in mein Schussfeld michael Michael da erheben Michael ja 27 ach komm schon neunzehn nein von wo? scheiße von hinten ich seh den Panzer da oben nicht mehr wo ist der hin? das muss weh tun ich hab so kurz vor nem Kühl gestanden boah du lebst noch? der ging nicht durch noch ist vielleicht das richtige Wort na scheiße noch ist er eben vorbei ach ich hab ihn weh ich hab ihn weiß nicht ich hab ihn mit zwei Schüssen 46% gezockt ihm dann die Kette kaputt gemacht und bin dann gestorben das will man ich will diesen ja weil ich von hinten auch irgendwie aufs Maul bekommen hab irgendwo von dir ach da hinten von da hinten haben die schweren Panzer rüber geschossen ansonsten hätte ich nicht da reinfahren müssen und hätte ihm ausweichen können aua du kriegst von links aufs Maul glaub ich auch die Hocken dahin jetzt kannst du vorfahren nee jetzt krieg ich von da vorne aufs Maul na ok da hab ich gar nicht hingeguckt äh bei dem am besten auf den Turm schießen äh bei dem am besten hinters Haus fahren und warten auf den Turm hab ich da nicht schon zweimal drauf geschossen na auf jeden Fall schießt du nicht mehr drauf naja juhu sieg irgendwo haben wir gewonnen ach in Vadi Vadi haben wir gewonnen ja tatsächlich hätte ich auch nie gedacht stimmt da hab ich Kill bekommen daran lags eindeutig ach geil ich kann mal meinem Panzer die Kette aufrüsten was bringt mir das eigentlich steht da nicht immer mal dran doch klar da steht da dran Drehwände gedöns 30 was bringt mir die hier ja gut ne ich wollte auf den besseren auf die bessere Wumme oder auf sonst irgendwas sparen ich weiß es nicht mehr irgendwas wollte ich sparen aha irgendwas wichtiges also laden wir das und gehen achso äh nimm mal deinen deinen Sechser ok ich brauche andere Panzer bist du bereit ja gut ich brauche andere Panzer ok das geht ein paar Siebener dabei das ist ok die Karte kennen wir glaube ich oh ne keine nicht schon wieder eine Siebener Artillerie alter ne M12 ach cool so wo fahren wir lang ne wir sind immer rechts irgendwo lang oh ne rechts ne nicht ganz rechts wir fahren durch die Stadt auf jeden Fall durch die Stadt ich liebe die Stadt weil die Stadt cool ist da bin ich noch nie durchgefahren glaube ich aber das ist gut weil die da nur frontal kommen können ja super achso doch das ist für mich auch hey da hinten explodiert was wäre wer schießt der immer so das in Animationen einfach hey boh einfach nur um praktisch da kommt ein Luftangriff oder irgendwas keine Ahnung was das darstellen soll unter dem Motto hey da ist ein Luftangriff hey und jetzt kommt die Panzer und das ist voll epische Schlag hey wir haben neue Leute für Special Effects eingestellt die sollen mal zeigen was sie können genau endlich Leute die richtig Special Effects können legen wir los oh fuck ich hab vergessen R zu drücken ich nicht aber ich kann dich gerade nicht guck mal guck mal mein Tempo an ganze 15 16 17 kmh ja ich fahr 30 knapp oh ganze 16 gerade so muss das laufen durchgehen 16 kmh warum bin ich der erste Panzer weil du einfach nicht durchgehen 16 kmh fährst aber mich wundert's dass ich noch nicht überholt wurde ich wundert's dass sonst keiner hier lang fährt hat sich irgendwie die Taktik bei den Leuten geändert ich hoffe nicht dass wir hier gleich einfach sterben ja da oben schön von wo von wo fahr mal vor ich will mal wissen wer da ist das war einer von uns der auf dich geschossen hat echt? ja es war grün da oben steht ein leichter Panzer ich seh ihn ich seh ihn warum kann ich den nicht treffen? ich aber das war garantiert nicht einer von uns das war auch garantiert kein leichter Panzerschuss ich kann den auch nicht das war glaube ich Artillerie der vor random hingeschossen hat ah ne der stimmt der leichter hat uns ja gescoutet der kleine Wichser ja da ist er da kann ich nicht hinschießen das kannst du gerne regeln was eine Kette ist tot ja ich werde voll beschossen von wo? ich krieg gerade vier vier Schüsse auf einmal rein von rechts da irgendwo ne? ich weiß nicht von wo von vorne von gerade aus direkt vor mir irgendwo ja ach der Scheiß ja die campen hier doch da oben ach da oben what the heck ne der steht ab keine Base rum ist mir egal ich mach ihn trotzdem kaputt ich krieg von links aufs Maul aber ich möchte den Kill ich fang überall auf die Fresse Alter ich bin down die Artillerie genau was sagte ich nochmal über die scheiß Drecks Level 8 Artillerie Level 7 oh haha die wieder den Panzer verarscht das ist ja geil wer der fährt einfach die ganze Zeit im Kreis um den rum und kriegt ihn tatsächlich ach und killt jetzt auch noch die Artillerie glaube ich ja nö nö das war unsere Artillerie ja ist egal ach du bist auch tot na gut sagt er ja wenigstens habe ich noch ein paar Schüsse einstecken können hm hm ja ich würde sagen es wird wieder Zeit für den Stufe 3 Panzer hm hm ich habe übrigens in meinem Valentinepanzer in meinem Lieblingspanzer die Besatzung voll durchtrainiert ne also ah ne ne die ist bei 43% von ihrem Training da so sieht's aus ja sollte man sein ja da wäre sie 7 haha ah wir müssen ja nur verteidigen ja gut ne also trotzdem müssen wir halt kämpfen ja ja verteidigen glaube ich baller dir einmal den Arsch dann bist du raus das glaube ich auch nein das glaube ich nicht du stehst hinter einem Stein du brauchst ein bisschen dafür ich fahre 3 Meter vor und knall dir dann ins Gesicht ne dann fahre ich 3 Meter zurück und 3 Meter reicht nicht doch 3 Meter reichen nein dann halt 5 ah das könnte knapp werden ich zeig dir gleich wie viel ich fahre bis ich dich abknalle du wirst es merken ja genau wette ein Einschuss reicht ich wette na ich will nicht Teamkillstrafe bekommen hab ich eigentlich keinen Bock drauf boom ne ich hätte dich aber erwischt wenn ich gewollt hätte du bist fast Frau Soho Bier erwischt du scheiße der hätte mich glaube ich danach zurückgeschossen das war nicht ich das war Soho Bier so ich kämp mich jetzt hier hin in der Hoffnung dass irgendjemand vor mein Geschütz fährt mehr will ich nicht einfach offen mitten aufs freie Feld ich hab ja nen Tarn Ding so hier steh ich scheiße da kann ich nicht hinschießen vielleicht stehe ich doof ich komm zu dir du stehst irgendwie besser du kannst immerhin schießen ja leider wurde der ist der nicht mehr gescoutet der Spaß wo fährt der denn hinterm Berg oder ja glaube ich zu nein nein tut er nicht tut er echt nicht ja ich hätte ihn fast erwischt wäre ein bisschen schneller gefahren wenn ich ihn erwischt ich musste erst mal anfisieren so wo kommen die nächsten gerade recht still ja wir müssen ja nur acht Minuten verteidigen oder alle von ihnen killen ja oder das oder wir verteidigen einfach da kommt ja schon wieder irgendwo einer da hinten der Hetzerpanzer sehen kann ihn aber glaube ich nicht anvisieren auch nicht doch man der steht irgendwo hinter so nem blöden Stein mhm der ist zu flach der ist komplett hinter nem Stein in Deckung der soll mal vorder zurückfahren ja jetzt seh ich ihn nicht mehr ah nö auch nicht was ist mit dem Medium Tank da hinten ja der steht auch hinter nem Stein was ist mit der Artillerie auf dem Berg die steht hinterm Berg da hinten ist doch irgendwo ein schwerer Panzer den seh ich nicht den seh ich den hätte ich gerade anvisieren können da fährt gleich ein schwerer Panzer den Berg hoch seh ich sieht man den oder ich guck gerade auf den Medium Tank hier man sieht ihn aber er weiß nicht wo wir sind ich hab ihn gnadenlos verfehlt glaube ich ja da kommt gleich von hinten irgendwas das dauert noch ein bisschen den können wir sogar treffen welchen den den äh Drrkma den den Stufe 2 Panzer ach den den konnte ich gerade treffen jetzt weiß ich aber nicht mehr wo der hin ist hab ich ihn getroffen keine Ahnung redet dein Typ mhm ok 6 Minuten schaffen wir ich hab hier ne ganz chillige Position ja ich hoff nicht auch Methanetz werde ich hier eigentlich nie entdeckt glaube ich ey wo ist der da hinten der hat hinter diesem scheiß Stein kann man sich nicht bessere Funke-Räte kaufen oder mhm Optik-Dicks da ah der der Medium Tank der Medium Tank ist rausgekommen der der Schosser Wind ah jetzt ist er schon wieder Entdeckung hey jetzt hat er den nächsten Stein gefunden oder was ey ich werde beschossen ich auch von wem mit was ach du scheiße wir müssen da mal treffen die kommen jetzt gleich da links hoch ne stell dich mal so wow 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 fang du mal damit an da hinten der Jagdpanzer ja gesehen wurde aber zerstör vom Wokrieg auf die Fresse komm schon 5 Minuten boah abratter ja ja Doppeltötung nein ich bin tot Alter mit einem Schuss ja ok das war ein 7er alter ein IS-2 gegen den kann ich gar nichts machen aber ich hab mich vorher ganz gut geschlagen Mann warum sind hier immer so heftig ich mag es nicht nochmal 6er fahren exxon 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020